Heiter geht's weiter mit unserem munteren Megaman-Abenteuer. Heute knöpfen wir uns die Lumpen noch einmal vor. Mit dabei habe ich meinen besten Ratgeber, Graf von und zu Nuss. Ich grüße Sie. Du hast gut aussehen vergessen. Ah. Hi. Du siehst wundervoll heute aus, Nuss. Vielen Dank, aber deine Muskeln sind zu präsenz, deswegen solltest du nicht über meine Aussehen reden. Hör! Hör! Der Nusskrieger! Hör! Boah! Ja, äh, Boss Rush habe ich gehört. Nuss, wo geht unser Weg heute zuerst hin? Ich glaube, wir haben als erstes Mitte-Rechts gemacht, oder? Keine Ahnung, was wir damals hatten. Sag einfach, was der Bauchgefühl uns sagt. Mitte-Rechts. Oh, Metal Man, da wurde mir was verraten. Vielen lieben Dank an Jan an der Stelle. Nämlich, Metal Man, der ist ein richtiges Arsch. Der ist nämlich schwach gegen seine eigene Fähigkeit. Oh. Siehste? Huh? Ja! Alter, also... Äh, so viel Schaden? Ja! Ja! Huh? Hä? Der wäre einfach ausgeschnäuzt wie in so ein Taschentuch. Weiß, es ist, als hätte man eine Hautallergie. Huh? Huh? Okay. Okay. Herr Reiseführer, wo jetzt als nächstes hin? Oben links! Oben links! Ja! Oh, die brennende Mülltonne, da ist sie wieder. Oh, jeet! Äh, blubbern wie weg, habe ich gehört. Au. Oh. Au. Lass nicht allzu viel Schaden kriegen, weil du nicht direkt vollgehalten wirst. Au! Das wird zu viel. Äh. Ha! Erste Attacke. Zack! Ja? Ja... Ah, hör auf damit! Du kannst auch Attacken machen. Ah, ich muss ihm nahe kommen. Warum? Damit er, äh, die Attacken kommen nicht durch, wenn ich nicht nahe genug dran bin. Jetzt. Hä? Geht der noch weiter? Der rollt doch weiter, oder nicht? Au, oh, ich krieg viel zu viel Schaden. Das kann es doch keinem erzählen. Schieß, einmal bitte von Weiterentfernung. Siehste? Oh mein Gott, stimmt, das ist gut. Oh, muss! Ja, ich, ich, ich hab mich schon gewundert, so, hä? So, äh, warum hast du eigentlich kein Problem mit Hitman? Gestern, gestern hab ich den erst noch bekämpft und jetzt, in Suisse, als wär's der Boss schlechthin. Die Mülltonne, was mach ich nur gegen sie? Ja, äh. So, Herr Reiseführer! Herr Nuss! Äh, ja, Moment, lass... Wo geht's denn hin, Edeltraut? Lass mich kurz überlegen. Ja? Unten, Mitte, rechts. Unten... Ah! Das war mittel-links! Das war links! Aber egal, ist okay. Ne, wir müssen jetzt unten, Mitte, rechts. Wie, du kannst... Achso, ich hab mich schon gewundert. Hä, 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 hä... Äh, welcher war das? Quick, quick, quick! Quick, quick, quick! Äh, äh, das Luder... Frieren wir ein! Und jetzt? Achso, stimmt, der kriegt dabei Schaden. Ja, ja, der stirbt jetzt schon zur Hälfte. Ja, weil... Er... Seine... Äh... Ja, ja, klar, fast. Hä, 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 hä... Der Reiseführer, ich rufe sie! Umrecht! Umrecht! Ich wurde erhört! Oh, Flash! Ich, ich weiß ganz genau noch, wo der Lustkrieger ist. Äh, okay, sehr gut. Äh, was hat... Was hat Flash wohl für eine Schwäche? Ähm... Wer hat mir da als erstes bekennt? Metal! Bumerang! Ja, boah, der riecht langsam. Stimmt, zwei müssen ja, äh, Metal-Damage haben, glaub ich. Sonst kommt es nicht hin. Doch, das kommt schon, ne? Ja, so cool! Und vollgeheilt! Der kam auf mich zu, wollte mich verprügeln, aber ich hab immer weiter Sägeblätter in ihn reingesteckt. So richtig verbatzt! Verbatzt! Kenne ich nichts. Hast du schönen Schläger eingesteckt. Hilfe! Ich hab mich verlaufen! Wo ist mein Reiseführer? Nuss! 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 Oh, da bist du ja. Hi! Der Sheriff! Der Sheriff! Der Sheriff! Was hat der für eine Schwäche? War das Wut? Bumerang haben wir gemacht, aber wir könnten mal Wut ausprobieren. Ne, was? Es ist Wut! Los, Nusskrieger! Mach ihn fertig! Ja! Hab ich zu viel Leben verloren? Ah, ne, diesen Sieg. Der, der muss einfach der bleiben, weil er souverän war. Ah! Der Nusskrieger! Hm! Hm! Was tut das? Ähm... Einmal bitte... Mitte links... Also... Auf, auf! Auf zur Blubberblase! Die Blase muss platzen! Was war gegen ihn effektiv? Luft vielleicht? Luft, er... Warte! Ich muss ihn treffen! Er ist immun gegen Luft! Hahaha! Äh... Hitzedefinitiv nicht! Ach! Der Boomerang! Wir beide aber auch! Ja, Boomerang ist so stark, Alter! Das ist so krank! Junge, da kommen so viele zurück, ey! Weil Boomerang wird auch kaum verbraucht! Ich liebe ihn! Was? Siehst du, ich hab die ganze Zeit gespammt! Ich hab nur so ein Fiddle verloren! Nicht mal! Hahaha! Hahaha! Gut! Geh mal jetzt auf die rechte Seite! Ja! Herr Reiss, was will ich nur ohne sie tun? So... Crashman ist das, glaube ich, jetzt! Oh! Den besiege ich mit Scale, ja? Ja! Fällt gut an! Hahaha! 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 Wie kann es sein?! Hahaha! Dink! So... Beim Livestream... Komplett geglänzt! Hahaha! Hahaha! Als du gegen ihn generell gespielt hast! Hahaha! Hahaha! Weißt du? Beim Stream hatte keiner... Keine Erwartung an mich! Aber immer... Immer dort! Let's Play! Da versage ich! Immer bei dem verkackst du! Hahaha! Hahaha! Wieso? Hahaha! Wieso? Sieh es jetzt habe ich sie raus! Ja, das stimmt! So spielt nur ein erfahrener Spieler, Leute! Nennt mich... Von nun an... Nickman! Hahaha! Nick... Nick... Nickman! Alias... Alias Drachentöter, Sheriff und Nusskrieger! Einfach sagenhaft kurz gefasst! Hahaha! Willkommen zu... Nick... Nickman 2! Hahaha! So richtig die Folge! Nickman! Ja, ja! Das ist Nickman unter den Megamans! Hahaha! Aja, ja, ja! Aber der hält schon viel aus, ne? Aua! Muss man sagen! Ja! Kann die hier ein bisschen mehr haben? Ne! Zumindest ist das so... Gefühlt so, ne? Den kriegt man immer nur so langsam runter! Echt? Ich dachte, den haben wir viel schneller weg genutzt! Ne, ne, ne! Was ist eigentlich gegen den effektiv? Weißt du das? Nö! Ist mir auch egal! Ja! Ich mach's mit Skill! Mit Skillnuss! Pfff! Da brauche ich keine Schwächen! Wenn man... Wer ein Nickman ist, hat man können! So! Keine Lust mehr! Ich töte ihn so! Hahaha! Hahahaha! Hahahaha! Nickman! Hoooooooooh! Nickman! Hoooooh! Sag die Muskeln nochmal! Hoooooh! 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 Oh Gott, ich muss noch einen Stuck trinken! Meine... Mein Hals! Ich auch! Ich auch! Aber ich musste sogar was einschicken! Nuss ist es schon nicht leicht, inbrünstig zu sein! So! Und erneut! Für die Walnüsse ziehe ich in den Krieg! Nuss! Möchtest du eine nussige Rede halten! Verbeug dich erstmal, du Narren! Okay! Na, eigentlich wäre es schon finalwürdig! Und wir müssten das in der nächsten Folge machen! Oder? Der Krieg! Der Krieg? Du hast recht! Ja, das können wir nicht einfach so abfrühstücken mit den anderen sieben Idioten! Die Idioten hatten wir ja schon im Livestream! Also wirklich! Dieser Mann! Der benötigt einen Platz im Finale! Nein, ich rede von anderen sieben! Meinst du etwa mich? Nein, Woodman... Der verdient noch seinen Sonderplatz! Achso stimmt! Ich bin ja ein Idiot! Okay! Jetzt haben wir unseren achten Idioten gefunden! Oh! Nuss, du machst die Verabschiedung! Tschüss! So! Wir sehen uns bei der nächsten spannenden Folge Megaman! Finale habe ich gehört! Zwei! Finale! Stimmt! Finale Stimmung! Finale! Oh! Ciao, ciao!